Musik Drum Music Baseline Moin Leute was geht und willkommen zu einer weiteren Folge Playtime Debution mit mir in der Showbox in dem Satzchen Koller Moin und ich bin auf Helder Deck Ähm Jawohl Ähm Genau mit der Poolpup Nein! Nein! Wir sind in einem Team Von Anfang an Doch doch, glaub schon Das ist ja Loll Mensch Was für ne Hore Naja das ist ähm Doch schon ne Sache die ich als äh Sehr Positiv empfinde Äh nein Jetzt sind die alle oben Warte ich kann Revolver snipern warte Kommt zwar eh Eklei mal von hinten Ich wollte zum Ach stirbt doch alter Aber lass mal öffnen gehen Rage Würden sagst du Erstmal Rage Gütchen Mutti Bojo ich wurde zum Anführer befördert Und dann kann Party Per Zufallsprinzip werde ich mal Was für Ja ja Nein! Achtung Lollas Oder nicht Äh Was mit Dorn Achtung Nein! Mann! Müssen immer die Granaten dahin Und Oho Cooler denn Ping der geht da noch Woho Ja wir haben also wir haben Ich weiß nicht äh 400 Milliardenste Aufnahme Da mein Ping immer leichte Ich ne jetzt mal Ausmüchse hatte Ähm Was dann so bis in die Tausender In die vierstelligen Bereiche ging Das war besonders lustig Ja Hier rum zu laufen Ich bin aus der Map gelaufen Da war nichts mehr an Kollisionen zu spüren Das hab ich bei der sie jedes Mal Ja Wenn ich irgendwann mal Wenn ich die Wenn ich Augenstipps ertragen konnte Hä? Ähm wenn ihr Ach wartet mal Ne Ne Oh ne Es ist noch nicht Begrüft Begrüft Alles AK Okay Alter Achja und Ich hab Ich hab das Gefühl dass meine Der kämpft bisschen hart da oben Naja Ähm Ich hab das Gefühl dass meine Maussensibilität Bitte im Rausch ist Bitte im Rausch ist Oh Jungs da die Clams spawnen Nein Eie 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 Komm schon bitte Nein Aaaaah Der Ultimate Killer Na egal Jolo Ohne Witz Was ist ein Jolo Ich glaub mein Ping Ja Oh cool das war aber zu knapp Hast du mit dem letzten Schuss gemacht Ja Hast du gesehen he Ja Na das war aber knapp Hände du dir Hände du dir Hände mir Jetzt komm ich hinter mir du ihm Ich hab wegen gemacht Ich sag's nicht Ach ne komm lass mich schneiden Ja Achtung bitte mal stehen bleiben Äh nicht Der Usain Ach ho ho Ähm Nein Nein Oh das war War das Sag mal war das gerade ein Versuch der Tötung Tötung Vorlässige Töte Also Mann 8 HP Jo Komm hoch Ich bin immer Bereit zum Daneben und 2 Oh Ja 5 Milliarden muss man sagen Ich nur 2 Jürgen Naja 3 Stunden Hey der hat noch hinter der Wand und hatte ich mit 3 Schüssen getötet Wo ist der Fehler Ich gebe jetzt um eine Luftunterstützung Luftunterstützung Kostel Kostel Hubschrauber Das wär mal geil im Blickler Wenn du das irgendwann mal die nächsten 3 Jahrzehnten Du bräuchst Oben Heilung Ok ich bin schon tot Ja Hab ich jetzt zu spät gekommen als Sanitäter Ja Du hast mich zu spät gerufen ne Ich komm nicht zu spät Wenn dann wär ich zu spät gerufen Jo ich würd's auch so drehen wie's mir gefällt Ich mach mir die Welt Ich mach mir die Welt Okay Mir gefällt Oh so ein Hurensiedler 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 Achtung Hurensohn Nein Hurensohn Na wie kann man denn so jüdisch sein Entschuldigung Wollten wir das irgendwie so lassen mit dem Ja Ja Aber warum rennt man denn mit Nur mit nem Revolver rum Ne mach's doch ein Der so low ist Ja Aber Ich schieß wenigstens nicht auf Leute die 170 HP haben Und Ich nehme das nur in besonderen Fällen Der auch vorher ne Der Sniperkraft Jetzt seh ich doch Der Schwerer oder so ausgesetzt Der hat nicht so ausgesetzt Um Gottes willen Ich bange Ah nein Achso 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 Ich hab grad gedacht ich hab ein 50er ping Es wär natürlich Die Blüte gewesen Die Blütejahre aber nein Wir bleiben bei einer Nummer 24 Oh der schafft aber auch nicht da Das war auch krassier Dieser Ultimate Killer schafft eigentlich gar nichts Ultimate Killer Bitte wo? Bruder ist denn dein Team oder im Gegner Team oder? Ne im Gegner Team Ne im Gegner Team Ultimate Killer Ah ja naja 5 6 ist jetzt erstmal Ne wenn du siehst wie du die Kills macht dann sagst du Ja gut Alter ich hab kein Mann Base trapping gemacht ja Base trapping B recognizable Nein Ok das ist zu schlecht wie die Welt Komm mach es Du es Hast du es gemacht? Ja Soweit ich informiert bin Ne zwei HS im Gegner Team geile scheiße richtig cool ne das finde ich echt gut feiere ich so wie sie junge mein junge kill den ich habe ihn und noch einer das schafft man kann wie wir sind wahrscheinlich zu der kronate solange die hauptes also heißt nicht hochkommt wir müssen mal gucken weil sonst gewinnt ihr noch und das wäre hart als es ja solange ich hochkommen ja komm nein nicht mit der machete nicht auf mich danke ich bin nämlich won't hit der machete wie viel an braucht deswegen nehmen sie die ganzen oh nein ich darf meine ganzen schimpfwörter nicht nehmen nur genau ich habe es für dich alter ja schön wenn ich ein insta hat mit dem revolver kriege mann nein was für ein schlechter ist und nein da ist eine niederlage knapp 2 kills haben gefehlt da wird es in der nächsten runde umso besser er hat die vorliegen mehr an dem anderen halte aber denn im lüge alle lehrte ich sagen wenn man so die erste runde wir sind es nicht wieder Zeit und bis gleich so leute hier sind wir wieder immer noch auf jeder deck okay 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 wir haben Kraft gewechselt genau sind in dem in einem team eine seltenheit sind denn die alle achtung hinter dir war oder ist oder bleibt einfach mal rein spämen spämen achtung achtung jetzt 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 kommt meine kommt mein revolver revolver hält junge revolver hält ist lustig bojo ich habe deadly knife getötet ane ich nehme echt gerne wenn ich tut so hat man was mit meiner ich habe irgendwie immer noch immer noch das gefühl dass meine maus bissel ich weiß nicht ganz aber dreht ja ohne witz ich starb jetzt ho nur genau ich herr er ich bin bereit vorstelle Bist du gestorben? Nein Nö, ich doch nicht Geil, wir treffen nichts, richtig geil Feier euch Und ich bin OneHead, nur merk ich auch gerade So, AllWords Ach da bist du, ach ja gut Hast du dich weggesprengt? Hüi 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 Du Mehlwurm Ich Mehlwurm? Ich bin ein Fockenlustier Das kann euch ne Mehl-Explosion, ne Witz Jaja, genau Ja, schieß mir doch ins Gesicht Boah, du Schameur, schieß mir doch ins Gesicht Okay, jetzt nehm ich wieder Hüi Hüi Warte, Achtung Warte, Achtung Warte, Achtung Warte, Achtung Warte, ich mach Revolver Und Boah Der war weg Warte Loll Was? Was? Der stirbt einfach vor Was denkt der sich? Warte, ein Lager Warte, ein was? Lager Bagger Lager Lager Hüi Sehr gut Ich habe ihn auch Spielt immer noch mit Revolver Ich habe ihn nichts dazu gelangt ich bin die ganze zeit und eliminieren ein sturm ich animieren ich ja nein ja so ist ja ich brauche leben du musst gar was an die täter der hier blick block davon kommen wir in der herr hast du dich aus welcher klärt das was links ob das links ist gerade ernst habe ich gerade nicht so gemacht ich weiß ich hab sie nicht getroffen weil ich ja spontan wesentlich geeinem und ich gehe einmal runter und alle oben sofort hin sind wahrscheinlich hinterher gerannt die rennen noch ich bin der runner ach nee du von zwei selten kommen die jetzt ist los jetzt ist los der man 6 3 was war das denn krass für eine aktion ich hab meinen tomahack auf einen geworfen der gegner hat jetzt vor mir einer gespawnt und ich hab ihn wieder eingesammelt und der andere hat mich getötet der feind geil das ist halt das spawnsystem vor der wind ne ich hab irgendeine wohre musste gerade einen kommentar hier loslassen ja ja wenigstens noch mit eliminiert hat das ja ne du wirst impulsiert sagst du ja weg kommentar und einer macht jetzt pack ich wieder okay es war immer auch nicht so scheiße die frage hat es ja nicht schlecht sieht man das irgendwie legt mich am an da müsste ich jetzt das black light lexikon im kopf haben und autist sein dann könnte ich mir durch die ausricht durch die ausrüstung sofort die hp errechnen wenn ich dann wenn nicht dann wenn ich nicht halb töten das ist aber es wird sich kompliziert leute zu töten müssen wir haben vorbeigerant ja ich bin ich bleibe stehen konnte ich mich wenn man erwartet er kommt er macht auch noch okay das war zwar kopf war das ja august mongeist aber gut wenn man nicht ich schreibe jetzt nichts müssen wir hier team arbeit weischt du wirst erst mal penetriert sagst du ich backe aber wir können wir können lustig sein warte warte wir können den spaßgehalt erhöhen indem wir jetzt ein witz bringt gie die ähm was sagt ein türke zum bäcker äh äh bagdad präger kolder jetzt haben wir schon mal gebracht oder ne ich wüsst den haben wir schon so ne ich so ein spaß mit dem katernader der hier denkt Achtung nein das ist unüberlegt nichts ist unüberlegt was ich tue du rätst Schiffen Katana gefickt Bube ich hab dich gefickt gefickt hab ich dich Achtung weit kommen die Nachbarn malen das hier ist ja warum wir so ein Geistesgelähmter Achtung kommt schon wieder auch da hat es auch noch bei HP oder so sprechen wir sind du hast ein Job bei beiden Voraussetzungen ja ich bin er wisse mich verarschen du stehst vor mir er dreht sich einmal um und trifft mich als erstes er hat mich gefickt hat er hat einfach nicht gefickt aber nicht zuerst er hat mich der ihr habt gekämpft ich habe mitbekommen dass du oben bist und tödelt mich einfach Achtung wie viele Schüsse waren das drei machen wir einfach Gangbang und dann ein Gangbang ein Community Gangbang Mann das ist ja das HS Battle man wie Nubik mit K mit K Ah dieses na? na? Wie ist der da? wo ist er denn? tot Ist er tot? Ja. Ist er tot? Ja, er ist tot. Sprich meine Worte aus, die ich gerade im Chat geschrieben habe. Oh, Rüttke ist gewiss da. Nein. Rüttksa. War der Rüttksa? Ja. Worte? Schreib's nochmal. Rüttksa. Keine Ahnung, rein theoretisch so. Rüttksa. Keine Ahnung, rein theoretisch so. Rüttksa. 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 Ne, das ist jetzt keine Blütezeit, aber es ist eine Zeit. Wir sind den Spastima genutzt, Flo. Ich habe eh im Eingangsslautstärke auf 0. Ach so. Dann sind keine kleinen amerikanischen Kinder, die hier meinen, ein Rederecht zu haben. Aber egal. diese ansicht die ich übrigens nicht geben kann juck die net die gar nicht ne irgendwie nicht ne ähm jetzt geile scheiße weil wenn es euch feiert ich bin übrigens fast bleibt in der 7000 hat mal 70.000 gut soviel zur geldverschwendung aber dafür ich habe mir soviel und auch mein gott ich habe mir meine waffe damit dass und da das werde da und dann bis zum nächsten mal tschau 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 tschau